Ja, schönen guten Morgen, hallo liebe Freunde. Wir machen jetzt heute Morgen mal kleinere Autos. Guck mal hier, wir haben hier einen Porsche 911 R, ein super schön gemachtes Modell. Völlig authentisch, ihr wisst ja, dass der sehr selten ist. Da gibt es nur 991 Stück, aber das ist natürlich nur das kleine Format vielleicht für den Sohnemann. Aber klasse gemacht und das Tolle ist, da hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, das Auto, was er groß hat, der steht nämlich da vorne, hier in klein genau nachzubauen. So, der gehört also mit dazu zu unserem 911 R und hier haben wir das Original. Das Interessante an dem Wagen ist, der hat erst 2700 Kilometer gelaufen, er ist also praktisch neu, ist in der schönen Farbe schwarz, absolut selten, die meisten waren ja silber oder weiß, die haben dann so einen grünen Streifen auf dem Dach gehabt oder einen roten Streifen auf dem Dach gehabt. Unser ist schwarz-schwarz, hier hinten könnt ihr das sehen, Porsche 911 R, Modell R, ist eigentlich eine Erinnerung an den, an die früheren Leichtbau 911 R und den Wagen hat man versucht, hier so weit abzuspecken, dass er auch leicht ist. Der hat eine Plastikrückscheibe, der hat ein Dach und eine Haube aus Leichtbaufaserstoffen und ja, hat eine Schaltung, hat eine Sechsgangsschaltung, ist extrem schnell. Und das Besondere ist, dass diese Autos im Moment also wirklich preislich so nach oben gehen und einen mit 2700 Kilometer gibt es so gut wie gar nicht. So, und was der jetzt noch alles kann und was er tut und wozu er da ist, das zeigen wir euch jetzt und fahren los. Ja, das ist ein richtiges Rennteig, Paul läuft schon, ne? Ja, Film ist online. Wollen wir da lang? Ja. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warm fahren, kennt ihr ja schon wie immer. Wir haben ja schon mehrere von den 911 R verkauft, weil es halt was Besonderes ist, eine limitierte Auflage. Und das ist eigentlich, wenn man so sagen möchte, ein Oldtimer oder ein Oldie auf neu. Das ist ein Sauger, hat Sechsgang hier sehr edel gemacht, alles in Carbon, schaut euch das mal an hier vorne. Und der Besitzer ist ganz lustig, der hatte eigentlich das Interieur in dunkelbraun geordert, das hat ihm da nicht gefallen. Und dann hat das hier in Perpita nochmal nachgeordert. Das heißt, zum Lieferungsumfang von dem Wagen gehören zwei Innenausstattungen, das ist auch relativ selten so. Was gibt es eigentlich? Ah, hallo, unser Heizungsbauer. Es sind 3,8 Sekunden auf 100, hat 500 PS, ist eine Boxermaschine. Ja, und das merke ich jetzt schon, ist natürlich sehr, sehr leichtfüßig, so ein Auto. Wiegt 1,4 Tonnen, die haben abgespeckt, wo sie abspecken konnten. Man sieht das hier zum Beispiel an dem Zuziehgriff. Hat aber auch die ganze Dämmung weggelassen in dem Auto. Also man spürt so ein bisschen, dass der ein bisschen lauter ist. Aber wie gesagt, puristisches Auto, puristischer 911 R. Die alten 2.7 RS beispielsweise sind ja ab 1972, 73 gebaut und die sind also preislich durch die Decke gegangen. Wenn ihr da ein echtes Auto habt, da kosten die 700, 800, 900.000 Euro und für einen Dünnblechwagen bis zu einer Million und das sehe ich bei so einem Auto hier auch kommen. Die sind schon bis 700.000 Euro gehandelt worden. Unser hier liegt einiges unter 500, also der ist gar nicht so teuer. Das Tolle ist, der ist eigentlich faktisch neu, kann man sagen. Weil der hat ja nicht mal 3000 Kilometer gelaufen, der ist auch innen wie neu. Das riecht mal aus. Das ist ein praktischer Jahreswagen, obwohl er schon 2016 gebaut wurde und Porsche hat anders als bei anderen Serien den nicht nochmal gebaut. Also man hat es einfach dabei belassen. Es gibt diese 990 Stück und Ende. Er hat hinten ein bisschen weiteren Spoiler, damit er noch besser auf die Straße drückt. Der fährt auch elektrisch aus ab 60 Stundenkilometern. Ja, man spürt also der, der kann das noch nicht fahren, ey. Es ist keine Dämmung mehr. Das hört sich ja furchtbar an. Ja, wir haben also die letzten Wochen hier fürchterlichen Regen gehabt, dass ganz Bayern fast weggeschwommen. Hat natürlich zur Folge, dass wir heute Morgen traumhaft schöne Wiesen hier haben. Es ist alles nass und feucht. Aber das spült er mitunter mal so kleine Steinchen auf die Straße. Das können wir jetzt auch nicht ändern. Wir sind aber gleich auf einer großen Hauptstraße. Dann können wir mal fahren. Also ist alles ganz modern. Er hat ein modernes Navi hier vorne. Temperaturanzeige. Er hat eine Klimaanlage. Ist auch noch auf Sport stellbar. Hat auch hier Soundklappe. Jetzt dürfte er nochmal deutlich lauter sein. Jetzt müsste er richtig Pause haben. Hier ist doch richtig, ne? Dann hat er ein Liftsystem hoch und runter. Hier könnt ihr sehen. Hat eine gute Ausstattung. Hat einen 90 Liter Tank. Verbrauch so, ich sag mal, drumherum 12 Liter. Je nach Fahrweise. Und wie gesagt, die Rarität, das ist ja heute auch beim BMW Z8 ganz wichtig. Welche Farbe hat so ein Wagen. Und wenn so ein Auto schwarz ist wie der hier, das ist ganz, ganz selten. Es gibt also, ich weiß nicht, zehn Stück oder was, die in schwarz gebaut wurden. Und das ist hier einer. Und dann hat er eben nicht 20 gelaufen, sondern 2700. Ja, hier in der Mitte schön die Uhr da vorne. Schönes Design-Element. Dann ist er ganz Leder ausgestattet. Oh ja, jetzt hätte er einen anderen Sound. Jetzt haben wir hinten die Brülldüse an. Das ist ja klasse. Ja, das ist ein richtiger Sportwagen. Er klebt auf der Straße. Ja, das ist ein cooles Auto. Tolles Auto. Und wenn man sich überlegt, was Ferraris heute kosten mit der gleichen Leistung, kosten ja ein Vermögen. Und so ein limitierter 911 R, das ist eine Besonderheit. Und ich glaube, dass wir das Auto nicht lange haben werden. Und ist da schon sowas bedeutet worden. Weil es gibt keine. Ja, schaltet sich toll. Ganz kurze Schaltwege. Also man muss ehrlich sein. Da ist schon ein Unterschied zum Porsche 356. Oder wenn ihr so ein frühes G-Modell habt oder so. Oder ein F-Modell. Das ist natürlich was ganz anderes. Das kann man nicht vergleichen. Der klebt hier auf der Straße und rauscht richtig nach vorne. Tolles Teil. Was fährt da eigentlich Spitze? Ich glaube, so 300 dürfte der laufen, ne? Ja, nur 23. 23 sogar sagt mir Paul gerade. Da hätte ich, also Wahnsinn, ne? Ja, 323 können wir jetzt hier auf der Landstraße natürlich nicht fahren. Aber ist ein tolles Ding und ist, also das Auto ist auch neben der Fahrfreude, die er absolut vermittelt, eine Top-Geldanlage. Also das steht mal fest. Wir hatten auch die letzten Tage schon wieder so einige Anfragen auf so einen Wagen. Ich habe hier gerade geguckt, wo der sechste Gang ist. Er hat ja ein Sechsgang-Getriebe. Schaut mal hier. Man hat also selbst im sechsten Gang kommt da noch was. Und ich finde, der Sound ist ja klasse hier. Man sitzt super. Er hat natürlich die Rennsitze hier. Man sitzt also richtig wie in der Schale drin. Da ist kein Zentimeter Platz. Die Gurte sind angenehm. Die klemmen man nicht total fest. Also ist angenehm zu fahren, das Auto. Ja, habe ich jetzt gesagt, 3,8 Sekunden von 0 bis 100, habe ich gesagt, 1400 Kilo. Das bedeutet, das heißt, da sagen die zwar, das ist ein leichtes Auto, aber für mich sind eigentlich eine Tonne leichtes Auto. Aber naja, dementsprechend hat er 500 PS, also dass er damit gut umgehen kann, das merkt man. Ja, ein reines Sportgerät. Ein reines Sportgerät. Boah. Oh, da kommt schon der Krankenwagen. So. Pferde klasse. Ja, super Auto. Ist halt ein neues Auto, ist jetzt zwar sieben Jahre alt, schon wieder, aber bei der Laufleistung, der ist neu. Wundere mich auch, dass der Besitzer den überhaupt abgibt. Denn er hat ja schon durch diese zweite Innenausstattung bewiesen, dass er sehr auf Details achtet. Auto ist übrigens, ähm, da steht nur ein Besitzer im Brief, aber es sind zwei Eigentümer, weil der zweite hat das Auto nicht eintragen lassen. So. Jetzt haben wir das Drehmoment geprüft, also man muss ein bisschen schalten, muss man schon. Ja, Drehzahlmesser geht bis 8.000, also bei ca. 8.000 Umdrehungen liegen die 500 PS an, könnt ihr hier vorne sehen. Das ist schön gemacht hier vorne, da ist Temperatur, Öltemperatur, hat jetzt 87 Grad, das heißt, also er ist jetzt warm genug auch im Öl. Und der Taro geht bis 350 Sachen, also das ist schon gewaltig, daran sieht man auch, dass der wirklich dafür ausgelegt ist, über 300 zu fahren. Naja, war erfaucht richtig, tolles Ding. Eine richtige Fahrspaßmaschine. Ja, und ich finde auch toll, dass Porsche sowas baut, ich finde auch gut, dass Porsche heute noch ein Werk installiert in Südamerika für alternative Antriebsstoffe, Kraftstoffe, finde ich genau richtig der Weg. Und nicht alles verbieten und nur eine Sache machen, sondern überall probieren und überall müssen wir die Besten sein. Und dann bleiben auch die ganzen Leute in unserem Land weiter motiviert, das ist ganz wichtig. Und jeder, der im Moment dieses ganze negative Gerede, dieser ganze Ärger überall, ihr müsst positiv denken, das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt nämlich Freude am Leben und letzten Endes auch mit Freude am Auto, ganz wichtig. Und da muss jeder Einzelne mitmachen. Also diese Negativgesinnung, die wir gerade in Deutschland haben, die ist überhaupt nicht gut, ist für die Gesundheit nicht gut, ist für Freude am Leben nicht gut, ganz wichtig. Und deswegen machen wir unter anderem auch diese Filme hier, weil es einfach Spaß macht. Es bringt Freude und das ist es, was das Leben ausmacht, das ist es, wo die ganze Energie herkommt. Also bitte alle mitmachen und wir sind hier im Kanal, wo Freude angesagt ist. Jetzt zieht man hier, jetzt ist der Deckel hinten auf, dass ihr mir sehen könnt, wo die 500 PS herkommt. Also ich habe mir das Auto eben nochmal angeguckt, der ist ja wirklich Neuwagen mäßig. Hier hinten, das ist es, was es ausmacht, 911 R und da sitzt dann der Boxermotor drunter, aber ihr könnt es sehen, das ist ein neues Auto. Also der ist so gut wie nichts gelaufen, ist top gepflegt gewesen, hat immer auf alles geachtet. Wirklich was für eine Sammlung. Und fahren kann man den natürlich auch vorzüglich, dass der Speuder da hinten hoch geht. Ja, hier Doppelrohr-Auspuffanlage, der diesen tollen Sound hat mit Klappe, hat man ja eben schon gemerkt beim Fahren. Interessant ist, dass da vorne foliert das. Ich meine, die Porsche haben immer das Problem, dass sie dann noch so ein bisschen Steinschlag auch bekommen. Bei so einem Wagen fährt man ja auch richtig. Also hier der gesamte Vorderwagen ist foliert worden, kostet sonst eine Menge Geld, wenn man das macht, ist aufwendig. Und ich finde, in schwarz sieht er wirklich super schön aus. Superschönes Auto. Hier vorne, das ist wie gesagt Leichtbau. Dach ist Leichtbau, Fenster hinten ist auch Leichtbau. Dadurch hat man viele Kilos gespart innen drin. Nur den Zuziehgriff mehr hat er nicht. Ja, und dann hole ich euch, warte mal, ich hole mal kurz die Liste, welche Extras er hat. Und das habe ich mir nämlich nicht alles gemerkt. Also er hat das Liftsystem. Ach ja, ich habe ja immer so meinen kleinen Spickzettel hier. Hat mal neu gekostet, 190.000 Euro. Wenn man sich überlegt, dass so ein Wagen jetzt 500 bis 700 kostet, da hat sie schon wirklich was getan. Die Leute wollen halt eben so einen Wagen in ihrer Sammlung haben. Auto gab es nur mit Schaltgetriebe und sollte am Ende dann an die älteren 911er Modelle erinnern. Also Reminiszenz an die erfolgreiche Vergangenheit von Porsche. Und auch schöne Details, wenn man sich die Spiegel hier vorne anguckt, auch Carbon. Also es ist schon sehr, sehr edel gemacht. Und ich finde auch, Schwarz steht ihm eigentlich fast am besten. Da sieht er wirklich klasse mit aus. Das ist deutsche Erstauslieferung. Also kein Amerikaner ist ein rein deutsches Auto. Einer im Brief. Er hat als extra Liftsystem das Sport-Chrono-Paket, eine Klimaautomatik, ein Einmassenschwungrad, den 90-Liter-Tank. Ja, und das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge, die man zu unserem Auto sagen kann. Und Zustand, ich mache euch mal kurz die Tür auf, dann kann euch Paul das mal zeigen. Also er ist wirklich wie neu. Das sind die Pepita-Sitze, sind ja auch klassisch 50 Jahre alt eigentlich. Aus der Zeit kommt das ja noch. Zustand neu und, also schaut euch mal diese Sitze an. Also die passen sich dermaßen an den Körper an. Ich habe das eben gemerkt. Ist nur ein bisschen schwierig, wenn man aussteigt, wenn man etwas älter ist. Aber das kriegt man doch hin. Hier vorne steht es übrigens auch im Einstieg 911 R. Das ist die Besonderheit von unserem Wagen. Auch hier vorne im Armaturenbrett 911 R. Das ist der wievielte, da steht da sogar die Zahl. Der 957. von 991 R. Also einer der letzten, die gebaut wurden. Ja, und wie gesagt, toller Wagen. Hat alle bedeutenden Extras, die wichtig sind bei einem modernen Auto. Tja, bremst super, fährt super. Und hinten fällt das Schild runter. Hier ist übrigens das Serviceheft zu unserem Auto vollkommen komplett. Und was ich eben gerade erfahren habe, der Wagen hat auch gerade ganz frischen Service bekommen. Also hier kann man sagen, reinsteigen, losfahren und Spaß haben. Freude am Auto. Porsche 911 R. Ja, steht jetzt in Beuerberg. Den werden wir nachher rüberbringen. Sauber machen mussten wir denn nicht. Der kam hier an wie neu. Jetzt fahren wir noch ein bisschen und dann geht's weiter. Und dann geht's noch ein bisschen und dann geht's noch ein bisschen und dann geht's noch ein bisschen. Ja, also zu unserem neuen RfR. Porsche sei erwähnt. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, zugreifen. Das ist ein Auto, das werden wir nicht lange haben. Und ich habe das bei den G-Modell Cabo ist vor zwei Jahren auch gesagt. Da haben die noch 220.000 gekostet. Kauft euch die Autos. Die kosten demnächst viel mehr. Es ist so gekommen, die lagen jetzt über 300. Das gleiche gilt für einen 911 R. Den sehe ich also in sehr kurzer Zeit bei ganz, ganz anderen Preisregionen. Der ist limitiert. Es gibt keine mehr. Sammler geben kaum welche ab. Wir haben Probleme, da ranzukommen. Und ein schwarzes Auto, das ist ja absolut ein Highlight. Gibt's so gut wie keine. Mit der Laufleistung, die 2700, nicht zu bekommen. Und er kostet noch unter 500. Also wie gesagt, zugreifen, da könnt ihr keinen Fehler machen. Und das ist neben da wirklich in Perle in der Sammlung, ist das auch ein tolles Investment. Ja, soviel zu unserem Porsche 911 R. Wir treten gleich nochmal so ein bisschen drauf, weil eins merkt man. Oh ja, Sound muss er auch haben. Hast du wieder angemacht, ne? Ja, die Klappe ist toll. Ja, kommt Spaß auf. Also geht's richtig nach vorne hier. Aber das ist doch hier voll Spaß hier. Cooles Ding. An die Schaltung muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Die ist sehr kurz. Die muss man genau treffen, wo die Gänge reingehen. Aber fahren, echt tolles Ding. Also was Porsche da wieder entwickelt hat, das ist schon mittlerweile sieben Jahre her. Aber schon wirklich einmalig. Und er klebt auf der Straße. Er klebt und man merkt, dass er leicht ist. Aber es ist ein bisschen lauter, man spürt das, weil sie halt eben die Dämmstoffe weggelassen haben. Das ist ja das, was ein R ausmacht. Sitzen tut man perfekt in dem Auto. Also ich sag mal, mehr Auto braucht kein Mensch. Mal kurz gucken wir hier unsere Gerade. Na ja, man kommt gut, man kommt zügig voran. Ich kann's nicht anders sagen. Macht richtig Spaß. Leere Straße heute Morgen. Knochen trocken. Sonne scheint. Herrlich. Besten Voraussetzungen für Porsche-Fahrer. Ja, jetzt sind wir mit dem Auto ungefähr so und so 15 Kilometer gefahren. Mir hat das echt Spaß gemacht eben. Kann ich nicht anders sagen. Es ist einfach toll, sowas muss sein. Das muss man, das braucht man im Leben. Dann kommt ja nicht nur das Auto auf Drehzahlen, sondern man selber auch. Also ich steige immer nach so einer Fahrt ganz anders aus, als wie ich einsteige. Also wenn man mal so morgens losfährt, dann ist man manchmal noch ein bisschen muffelig und so. Aber wenn man da aussteigt, dann, ach, das begeistert fast einen richtig an. Macht einfach ein Riesenspaß. Hier muss man aufpassen, da wird geblitzt hier vorne. Nicht, dass wir da mit dem Stress kriegen. Kurze Schaltwege, klebt auf der Straße. Neuwertiger Zustand, das kann man hier in der gesamten Mittelkonsole sehen, auch auf den Sitzen. Da ist nicht ein Fleck. Hier müssen wir 60 fahren. Wegen Linksabbieger. Ja, und jetzt hat er 2788. Also er wird am Ende, wenn wir den Film, wir fahren noch 3, 4 Kilometer, dann ist er immer noch unter 2800 Kilometer. Hier könnt ihr das sehen. 17 Kilometer sind wir gefahren heute Morgen. Also Auto läuft toll, das ist eigentlich wie ein Neuwagen. Und dadurch, dass die Inspektion ist auch noch gerade gemacht wurde, spart man sich das auch noch. Was soll ich noch sagen? Mehr passt, mehr fällt mir da gerade gar nicht so ein. Aber macht einen riesen Fahrspaß. Es ist wirklich, also die neuen Porsche, weiß ich nicht, die kommen mir heute so ein bisschen sehr ausladend vor. Aber ich muss auch zugeben, ich bin die letzte Zeit gar keinen gefahren. Das müsste ich vielleicht mal machen. Wird uns bestimmt auch angeboten. Wir haben ja noch ein Carrera Cabrio drüben stehen. Der hat erst 1700 Kilometer gelaufen. Den konnten wir mal fahren. Haben wir gar nicht gemacht. Das stimmt überhaupt. Ein Grauer, der ist, das ist ein Oldtimer-Mann, der sich den Porsche gekauft hat. Ein Cabrio ist ein Jahr alt. Und er sagt, ach gut, das ist überhaupt nicht meine Welt, will ich nicht haben. Den könnten wir auch mal fahren. Und dann wissen wir, wie die neuesten fahren. Das zeige ich euch auch mal. Ja, wie gesagt, wir nehmen ja alle Arten von Autos, wenn sie gut sind. Das ist ganz wichtig. Und wenn sie was Besonderes sind, immer mir anbieten, dass wir noch Kollegen suchen. Wisst ihr, glaube ich, wir brauchen noch hier zwei Kollegen in Bayern. Wir brauchen einen Mann fürs Backoffice, der richtig gut ist, der das alles handelt. Dann brauchen wir noch einen Kfz-Mechaniker. Und in Hamburg kann man sagen, brauchen wir das gleiche. Wir sind jetzt insgesamt 17 Leute, die Cargold vertreten, die begeistert das machen, was wir hier auch jeden Tag machen. Tolle Autos, Sportwagen und Oldtimer. Also wer Lust hat, in unserem Team mitzumachen, ich kann euch sagen, Spaß und Freude Faktor ist hundertprozentig der Fall. Und wir sind alle bestrebt und täglich dabei, diese negative Stimmung hier in dem Land umzudrehen. Wenn da jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann gelingt uns das auch wieder. Deutschland war lange, lange Zeit ganz, ganz vorne. Und mit der richtigen Begeisterung, mit der richtigen Motivation schaffen wir das auch wieder. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man so geredet, das ganze negative Gerede, darf man gar nicht hinhören. Teilweise sowieso nicht zielführende bringt nichts. Ihr seht ja, dass es uns hier gut geht. Wir sind guter Laune, wir haben gute Stimmung, wir haben viel Freude dabei, solche Autos zu fahren. Und da müsst ihr uns einfach dabei helfen. Ah, der Herr Gärtner, morgen. So, da sind wir, das ist Beuerberg. Schöne Probefahrt heute Morgen, Auto, was ich heiß empfehlen kann. Aber bitte nicht lange nachdenken, weil ich glaube, den haben wir ganz schnell weiter. Ja, damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan, bis zum nächsten Film und ciao. Bis zum nächsten Mal.